Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück bei RAST! Sieht total bekloppt aus. Aber ein Muss. So, haben wir alle? Ja. Gut. Die Türen, da bin ich heute noch nicht fertig. Weil die Metal Fragments sind... Was sind denn die überhaupt? Ach, die hab ich drüben gelassen. Die sind noch am Brutzeln. Kurz überlegen. Gut, dann gehen wir mal jetzt hoch. Dann machen wir hier nochmal in die Tür rein. Dann machen wir hier die Tür. Dann mache ich hier die Tür. Ach, ich hätte hier die Tür kompensiert als wenigstens gleich. Gleich assi. So. So, drüben zwei. Zwei. So, dann setzen wir unsere Dächer wieder hin. So. Oh, hoppla, mein Herz. Beschreckt mich doch nicht so. Dachdeckel drauf. Deckel drauf. So, der Deckel bleibt oben. Dann haben wir hier... Da spinnt ihr wieder eine. So, das ist das letzte Teil. Ihr könnt auch... Ähm... Nein, mache ich nicht. Da ist mir die Muni zu schade. Nein, nein. So, ich kann mir nur denken, wer es ist. So, unsere restlichen Fenster. Jetzt drehen sie alle durch. Sollen sie mich nicht erschießen, ist mir das egal. So. So. Beziehungsweise da könnte man, hätte man eigentlich in den Dings hier und hier, naja, egal. Machen wir hier eine Doppeltür rein, so rum und andersherum, mal so rum rein, doppelt gemoppelt hält besser und so, so, haben wir alle Fenster genau aufbekommen. Perfekt. So. So, und ich habe mir jetzt hier gedacht, damit es besser sich zu verstecken ist und man nicht so schnell getroffen wird, mache ich hier nur Türrahmen rein. Also keine Türen rein machen, nur sind nur direkt die Türrahmen, die ich da überall hinklatsche. So, Batsch, Batsch, da ist eins drin, ja, sind überall drin. Verwirrt auch ein bisschen, also keine Sorge. Und jetzt reichen uns natürlich die Stäbe natürlich nicht mehr. Das war mir klar, dass irgendwas natürlich vollkommen nicht reicht. Er macht nichts, die kann man selber machen. Kein Problem. Gut, okay, wir wissen, so, 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 wo wir was brauchen. Okay, dann nehme ich das, ach, da brennt es noch, die, die, das, 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 äh, Feuer-Dings hier. Mal aus. So. Na, eins noch nach oben. Dann annenne ich das hier mal zu meinem Zimmer. Ich bin echt zwar nicht so der Fan von so wenigen Fenstern, aber das ist ja eigentlich ein Muss hier. Leider irgendwie. Äh, jetzt mal überlegen, ich glaub. So. Hier ist ganz schön, dann können wir rausgucken, nebenbei ein bisschen craften. Ähm. So. Dann setze ich das hier mal hier hin. Gut. Dann, ach, den Ofen haben wir ja gleich mitgenommen, auch nicht schlecht. den Ofen und einer links und einer rechts hin. So, noch ein bisschen so schräg. So. Können wir den, ne, den können wir nicht machen. Da fehlt uns noch einiges. Dann machen wir noch ein Campfire hin. Dann machen wir uns da noch ein paar. Da kommt was, hallo? 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 Hi. Was sucht ihr hier? du hast nicht zufälligerweise holz für mich dabei magst mir vielleicht ein bisschen was geben weiß nicht ich kann vielleicht tauschen aber ich weiß nicht was du brauchst so viel ich habe jetzt gar nicht dabei ich auch nicht ey tippt der Klatscher Dankeschön kein Ding wo habt ihr dein Haus oder euer Haus oder ja nö dem gehört das Haus hier bitte dem gehört das Haus wo wir drin sind ich bin hier gerade am bauen das ist meins ach so ok jo deswegen habe ich ja so viel gefarmt aber irgendwie hat es nicht gereicht gut ich schicke euch jetzt raus weil meine Türen sind gerade fertig geworden dann kann ich die Türen unten rein machen ok Tschüss So, mach gleich mal die Tür rein. Dir taugt der Name voll, gell? Ja. Türcode. Damit ich später auch wieder rausmach. Sonst hockt ihr mir jetzt natürlich alle in ein paar Tagen hier drinnen. Das soll natürlich auch nicht der Sinn der Sache sein. So. Ahm. Okay, bye. Das bestimmt auch, was weiß ich, 14, 15. Naja. Wir waren doch alle mal so jung. Ähm. Ich mach jetzt mal eine Kiste. Schell jetzt einfach ans Eck und dann geh ich zu mir nach Hause. Kein Essen, kein gar nichts. Wo stelle ich denn hin? Wo stelle ich denn hin? Am besten hier mittig rein. So, zack. Ähm. Mal kurz überlegen. E-Grad brauche ich nix. Danke. So. Gut. Dann. Kurz hier ein bisschen sortieren. So, das gibt mir alles unserem Turbo rüber. Ach ja, genau, die Kiste. Dann schmeiß ich da schon mal ein paar Sachen rein. Ähm. Achso, wir sind ja schon oben. Ich wieder. Kann ich die, wieso kann ich die nicht an die Wand klatschen? Das wäre voll geil. Um hier so. Überall, einfach überall hin machen könnten. So. Ich setze jetzt die hier. Gut. Dann. Setze ich jetzt die Sachen mal hier her. Brauche ich ja jetzt gerade nicht. Zack, 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 zack. Das Holz lasse ich jetzt mal drinnen. Dann tun wir die hier wieder runter. Die Überachs, die ist geil. Ist einfach geil. So, nebenbei, da sollten wir mal was essen. So, dann haben wir, das ist eigentlich Müll. Okay, das brauche ich nicht. Ich stelle eh keine Research-Kids, äh, hier Medi-Kids her, weil ich finde die immer alle. Na, können die eigentlich auch mal wieder welche reinsetzen. Das müsste man nochmal machen. Gut, okay. Jetzt gehe ich mal rüber und hole meinen anderen Mist, den ich da drüben habe und so. Und mal beim Turbo das ganze Zeug holen. Wie auch so viele Türen. Oh, geht mir das auf den Nerven. Zack. Dankeschön. Ich wollte eigentlich nicht, dass die sehen, wie es hier drinnen ausguckt, aber naja. Okay, ich bin selber schuld. Ich habe, ähm, naja, egal, ist ja nicht so tragisch. So, meine Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.